Servus Bremen-Fans, hier ist der Basti B, Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Dennoch geht es wie immer, ihr seht es im Hintergrund um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder Bremen. Und der Deadline Day ist endlich in greifbarer Nähe. Keine 48 Stunden, dann ist das Drama endlich vorbei. Was passiert jetzt eigentlich noch beim SV Werder Bremen? Was sind die Verkaufskandidaten? Wer? Wollen wir die eher verleihen? Wollen wir die eher verkaufen? Schauen wir uns das Drama mal an. Es bleibt spannend. Let's go. Also hier nochmal zur Erinnerung, in schwarzer Schrift sind die Positionen und in weiß sind dann eben die Spieler. Also wir fangen hier links oben an, wenn ihr meinen Mauszeiger seht. Torwart, Pavlenk etc., Dudu. Dann haben wir IV, Friedl, Pieper, Rapp. Habe ich als IV reingetan, denn ich denke, er hat auf der 6 keine Zukunft mehr. Stark, Velkovic. Ich habe versucht, alle nach Alphabet zu sortieren. Versuche ich gerade und dann merke ich schon, dass es bei den Außenverteidigern nicht so ganz funktioniert hat. Jung und Opitz auf der Außenverteidiger links und rechts Weiser, Agu und Berg. Da hat zwar die alphabetische Sortierung nicht geklappt, aber ich bin mir sicher, dass beide, also Weiser, Saison, Agu und auch Berg auf jeden Fall als Rechtsverteidiger eingestuft werden, denn Berg hat im Sturm auch keine Zukunft mehr. Ich habe das Mittelfeld geteilt in 6 und 8. Groß, Gruff, Lienen und Salifu auf der 6 und auf der 8 bitten Kurt, Cater, Schmidt, Stay, die für meine Meinung einfach einen Tick offensiver sind als die Spieler unter der Nummer 6. Und dann haben wir noch Stürmer, noch Dux, Vögo, Kovnatsky, Chinma und Volte, Made. So und jetzt ist die Frage, wer ist denn ein realistischer Kandidat, der uns noch verlassen kann? So, nächste Grafik. Die habe ich mal alle dunkelgrün markiert. Jetzt ist mir schon klar, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute da grün markiert. Es werden natürlich keine 8 Leute gehen, mir schon klar, aber ich bin mir sicher, dass vielleicht noch 1 oder 2 Leute von den 8 Grünen gehen. Also bei IV ist es Darab, bei den Rechtsverteidigen ist es Agu und Berg, bei den 6er Gruff und Salifu, 8 Schmidt, Stürmer, Frühguck und Volte, Made. Ich habe euch das mal hier schöner dargestellt, damit mir mal die, die in meinen Augen sicher bleiben, sind jetzt hier mal weg. Denn es dreht sich erstmal nur um die, die gehen könnten. Wer könnte noch gehen? Darum steht es auch darüber als Überschrift. So, die habe ich dann hier nochmal schöner für euch grafisch aufbereitet. Das sieht man auch, dass ich überall Spiele ausgesucht habe, außer bei der Torposition. Ich denke, da sind wir okay aufgestellt. Wenn wir überall so aufgestellt werden wie bei den Torhütern, dann hätten wir, glaube ich, weniger Probleme. Und bei den, ich tatsächlich glaube, außer der Links, also es wird uns keiner von den beiden verlassen. Heißt ja nicht, dass von Neuer kommt. Mir geht es aber hier eher darum, welche Spieler gehen und was sich dann daraus entwickeln könnte. So, hier sind sie nochmal schöner untereinander aufgezeichnet, denn das hat ja alles einen Sinn. Denn jetzt sind sie in einer ganz anderen Farbe, denn wir wollen nämlich jetzt klären, wie wir denn mit den Einzelnen umgehen. Und damit ihr genau weiß, worüber ihr redet, fangen wir mit RAP an. Wie sieht es bei RAP aus? Wenn wir uns trennen, wir haben ihn ausgelehnt. Ich glaube, dass Ole ihn als nicht gut genug einstuft. Als Sechser sowieso nicht, wenn er als IV da, da hat man auch vorhin gesehen, da haben wir gar nicht so viele. Aber wenn wir uns trennen, dann bin ich mir sicher, wollen wir uns verkaufen. Wollen wir uns komplett trennen von ihm, weil ich glaube, Bremen kann jeden Cent behalten. Das heißt, jeder Spieler, der uns qualitativ nicht weiterbringt, aber uns vielleicht noch ein paar hunderttausend Euro bringt, nehmen wir gerne an. Ich glaube, eine Laie schließe ich da aus bei dem Spieler, bei RAP. Und wenn es jemanden findet, der ihn haben möchte, ich würde da Richtung Zweite Liga gucken, dann würde Bremen mit Sicherheit nicht Nein sagen. Ach gut, ich glaube auch, dass man da ein bisschen mit der Geduld am Ende ist. Im aktuellen Zustand wird es vielleicht schwer, jemanden zu finden. Aber ich weiß nicht, ich sage es immer wieder, Osnabrück, das ist ein Osnabrücker Junge, die spielen Zweite Liga, wenn er ein bisschen aufbauen kann. Die haben auch einen Außenverteidiger verloren an Heidenheim, aber ich glaube, das war ein Linksverteidiger oder war ein Rechtsverteidiger, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich denke, dass die einen Bedarf hätten mit dem Agu, zumindest daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man beim richtigen Angebot sich auch von Agu trennt. Denn ich glaube, also am Weißer kommt eh keiner vorbei und dementsprechend würde man da wohl bei einem passenden Angebot auch was machen. Ähnlich bei Rapp, ich sehe da aber nicht die Möglichkeit, dass jemand da ein Angebot hat. Bei dem nächsten, beim Berg, auch für mich ein Rechtsverteidiger inzwischen bei uns im System. Da gibt es mit Sicherheit ein Angebot, das der englische Zweite Legist Club Birmingham ist, das Interesse hat. Und ich habe jetzt hier auf Verkaufen, ich hatte in meiner Vorproduktion von dem Video noch eine dritte Kategorie, wo ich mich dann aber dagegen entschieden habe. Die dritte Kategorie war so Hauptsache weg. Das hört sich jetzt blöd an, darum habe ich es nicht gemacht, aber eigentlich erwähne ich es jetzt. Hauptsache weg heißt, es ist ja nichts gegen den Spieler persönlich, Hauptsache weg heißt, wir wollen ihn von der Payroll weg haben, ob wir ihn jetzt verkaufen, verleihen oder vielleicht auch den Vertrag auflösen und jemandem schenken. Denn Berg hat, glaube ich, nichts gekostet. Ich glaube, bei Berg würde man auch sagen, okay, wenn jemand einen Abnehmer findet und derjenige das Gehalt zu 100% übernimmt, dann ist uns auch der Transfererlös, der wahrscheinlich nicht hoch wäre, auch dann egal. Bei Gruev halten sie immer noch die Gerüchte, dass er wechseln kann. Ich würde es so schade finden, gerade wenn ich höre, dass vielleicht Hoffenheim ihn jetzt noch will, was ich ein bisschen komisch finde, aber okay. Dann würde man ihn wechseln, weil man Geld braucht und dann aber schon wieder nicht vielleicht an einem Wechsel vom Lücke glaubt. Denn eins ist klar, wenn man, wenn der Lücke wechselt, dann haben wir genug Geld. Also dann, dann kriegen wir einen richtig Batzen Geld, wo wir schon seit Jahren nicht mehr bekommen haben. Dann brauchen wir keinen mehr verkaufen, wir haben Geld. Gruev kann nur aus unserer Sicht ein Verkauf sein. Eine Laie sehe ich da überhaupt nicht. Weil wohin soll er da gehen? Dann geht er ja zu einem gleich guten Verein und vielleicht noch zu einem besseren. Also eine Laie sehe ich gar nicht. Was ich aber eigentlich besser finde, weil ich würde gerne einen Gruev behalten. Aber ich weiß nicht, wie man da drei, vier Millionen bekommt und man kriegt da ein konkretes Angebot und der Gruev kann sich das vorstellen. Dann glaube ich, wird Bremen schwach. Des Weiteren ist er mit sich halt auch unzufrieden. Wenn ein Groß vor ihm spielt und Linien vor ihm spielen, dann weiß der Gruev, dass er wohl kaum spielen wird. Das muss man auch so klar sagen. Und anscheinend spielen wir wieder die alte Taktik. Da haben wir auch nur einen tiefen Sechser. Das heißt, er muss sich da wirklich durchsetzen. Angeblich hat er da zwei. Also er hat da anscheinend zwei, die vor ihm stehen. Daher glaube ich nicht, dass Gruev viel spielt. Daher, muss ich leider sagen, ist sein Verkauf noch realistisch. Salifu, junger Mann, der sich noch nicht wirklich zeigen konnte, auch viel verletzt war. Ich bin mir sicher, dass man da an dem noch glaubt und dass man ihn noch behält. Und ich denke, eine Laie irgendwo, wo er vielleicht viel spielt, vielleicht in der zweiten Liga, so könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn er bleibt, wäre es, glaube ich, auch kein Problem. Denn ich denke, dass sein Gehalt jetzt nicht so groß ist. Ich denke, da ist es bei allen, bei den Vieren, die drüber sind. Mehr bis deutlich mehr. Und daher, wenn der Laie geht, warum nicht? Romano Schmid ist ähnlich wie bei Gruev. Das wäre ein Transfer, mit dem man Geld verdienen möchte. Schmid ist eigentlich seine ganze Zeit, pendelt zwischen Stadef und nicht. Zweiliger war er schon ein relativ klarer Stammspieler, hat dann immer gewackelt. Andererseits haben wir natürlich zwei Achter, zwei offensive Achter, das ist schon seine Position. Andererseits haben wir nur einen Sechser. Das heißt, er ist ein bisschen mehr defensiv gebunden. So eine klare Zehn, die es ja in wenigen Vereinen noch gibt. Aber so eine klare Zehn wäre für ihn natürlich noch besser. Ich mag den Kicker, so vom Wesen her, von der Art, wie er kickt. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass noch einer kommt. Ich glaube nicht, dass Gruev und Schmid geht, aber wenn eine Mannschaft kommt, die drei bis fünf Millionen bezahlt für einen der beiden Spieler und der Spieler kann sich das vorstellen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da was geht. Ja, und jetzt sind wir bei der Gretchenfrage. Was machen wir mit dem Lücke? Ich muss ehrlich sagen, wer mich fragt, wenn uns jemand 15 Millionen gibt, würde ich verkaufen. Alles über 17 Millionen würde ich sofort verkaufen. Die 20 kriegen wir nicht. Das ist utopisch. Ich glaube auch kaum, dass wir fast, ich glaube nicht, dass wir die 15 kriegen. Darum bei 15 würde ich ihn verkaufen. Ich würde auch tippen, dass er aktuell so bei 60, 40, dass er geht. Wenn er bleibt, ist es auch schön. Aber irgendwie habe ich mich geistig schon verabschiedet. Weiß nicht, wie es euch geht, aber er mich da schon geistig verabschiedet. Hier ist natürlich Laie keine Option. Entweder gibt uns da einer eben richtig zweistellig einen Millionenbetrag oder aber er verlängert seinen Rentenvertrag hier in Bremen. Das dürfte klar sein. Und bei Voltemade, das ist einer der großen Verlierer jetzt in dieser Anfangsentwicklung, der gar nicht spielt. Ich glaube aber, im Gegensatz zum Jinma, der war nämlich schon bei der Laie und der hat gesehen, dass es in anderen Vereinen auch Spaß macht, Voltemade, obwohl es ein Bremer Junge ist. Glaube ich, dass er wirklich zum Teil Probleme hatte. Er war im ersten Spiel gar nicht im Kader. Und ich glaube auch, dass seine Spielweise nicht ganz passt. Oder er müsste sich an Dux und Lücke und an Komnatski noch vorbei. Das sehe ich, glaube ich, auch nicht. Daher könnte ich mir vorstellen, dass man sich trennt. Ich würde hoffen, dass man eine Laie macht. Ich glaube, dass es eher, wenn dann wieder eine Laie wird, ob dann der Verein, der dann Leid vielleicht eine Kaufoption bekommt. Und das weiß ich alles nicht. Aber ich denke, das Voltemade mit einer Laie, dass er selber das schon gerne haben möchte. So. Mal angenommen, klar, das ist jetzt ein theoretisches Beispiel. Wenn alle gehen würden, also alle, die ich hier genannt habe, würden alle gehen, verkaufen, leihen. Mal angenommen, genauso wie es hier steht. Dann hätten wir richtig viel Geld. Dann hätten wir bestimmt, also 22, 23 Millionen, schätze ich schon. Also 20 plus x Millionen. Dann hätten wir nur 15 Feldspieler und drei Torhüter. Wäre die viel zu wenig. Also wir bräuchten dann natürlich einen Rechtsverteidiger. Wir bräuchten, mit der Dreikette spielst du eigentlich nur einen fünften IV. Du bräuchst auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger. Du müsstest eigentlich bei einem Sechser noch was arbeiten. Ich habe da was vorbereitet, so würde ich sagen. Da müsstest du, also wir haben ja 15. Ich habe gesagt, wenn wir so viel verkaufen, müsstest du eigentlich sieben holen. Damit du 21 Feldspieler hast, so ungefähr. Weil du dann auf der Sechs, Acht und im Sturm noch jemanden brauchst. Bei den Ausverteidigern war bei Opitz. Also hier habe ich eine Fragezeile, weil ich mir nicht ganz sehe. Wie sehr vertraut man Opitz? Vielleicht traut man es ihm zu. Ich weiß nicht, ob er so viel schlechter ist wie Bukennen. Keine Ahnung. Dann ist es vielleicht einen weniger. Dann hätten wir 20 Mann. Das ist, glaube ich, für einen Bundesliga-Verein vielleicht gar nicht so viel. Aber wenn man noch zwei Jungen von der Jugend hochziehen kann, weiß nicht, ob es sowas gibt, dann, ich glaube, 22 wäre so ein Goldstandard. Andererseits muss man sagen, wir haben aktuell 26 Spieler. Das ist mit Freiburg der kleinste Kader von der ganzen Liga. Daher, ja, das ist ein theoretisches Spiel. Wenn wir da wirklich so viel verkaufen würden, müssten wir ganz, ganz viel kaufen. Und das ist in 48 Stunden gar nicht möglich. Was bleibt denn als Fazit? Es wird nicht mehr viel passieren. Auch wenn uns Fans vielleicht nur zwei, drei Transfers wünschen, dann muss man eigentlich, eigentlich muss jetzt schon klar sein, dass der Lücke irgendwo bei einem, wie heißt das, Fitness-Check ist. Weil der Lücke-Transfer müsste dann ja eigentlich, keine Ahnung, morgen Mittag schon fix sein. Also nahezu jeder Verkauf müsste direkt ersetzt werden. Das ist der erste Punkt. Dafür fehlt aber die Zeit. Das ist der zweite Punkt. Fügel ist immer ein Kandidat, weil viel Geld. Klar, wenn jemand uns 15 Millionen hinschmeißt, dann müssen wir das zusagen. Bei 20 müssen wir sowieso sagen, okay, nimmts dann auch. Wenn es 17.59 Uhr ist am Freitag, eine Minute vor der Trade Line Ende, auch dann müssen wir sagen, wir nehmen die Kohle und Servus. Gruver oder Schmidt sind nur Kandidaten, meiner Meinung nach, nicht sportlich, sondern einfach finanziell, weil Werder Geld braucht. Gerade wenn wir die Lücke nicht wegbekommen, werden drei bis fünf Millionen, die wir vielleicht für einen der beiden bekommen, wahrscheinlich noch einfach wichtig und gut. Und dann können wir vielleicht uns auch eine Lücke, Verlängerung und wir behalten ihn auch dann leisten. Berg ist immer ein Kandidat für mich. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert, weil man ihn umgebaut hat, also Position umgebaut, sportlich umgebaut und man ist dann noch unzufrieden. Für mich ein klarer Beweis, dass er im Spiel gegen Freiburg nicht im Kader war, was ich nicht verstehe, wenn man gegen Bayern, gegen den Besseren, gegen den Kader ist und dann gegen Freiburg nicht. Klar kann man sagen, gegen Bayern kriegst du noch mehr Tiefe, wenn du Tiefe bekommst. Aber ich glaube, auch gegen Freiburg wäre man auch mal ein, zweimal in einem Umschaltmoment da gewesen und wenn man sich dann entscheidet, dass Bittencourt auf den Rechtsverteidiger spielt, anstatt einen Berg, der da wirklich auch dann die Tiefe bespielen kann, dann, ja, da ist man einfach sportlich nicht eins verstanden und den will man einfach loshaben, weil man, glaube ich, in einem von der Payroll will. Alle anderen Verkaufskandidaten haben keine Chance zu spielen, bringen aber wenig bis kein Geld, daher alle anderen, glaube ich nicht. Klar, wenn jemand einen Salifu noch irgendwie oder einen Agu nach, was weiß ich, zum Beispiel, jetzt weiß ich die Mannschaft nicht mehr, wenn der Agu aber ausgeliehen will, dann ist das ja okay. Aber es geht nur, geht Füllguck ja oder nein, wann ist der Bergwechsel und dann geht entweder Füllguck oder Gruff oder Schmidt. Ich glaube, mehr wird nicht passieren und dann müssen wir mindestens die Position, die wir da abgeben, noch nachholen. Daher sage ich, mehr wie vier Transfers insgesamt werden es nicht werden. Also zwei verkaufen, zwei abgeben, zwei dazu und ich glaube, dass da kein Linksverteidiger dabei sein wird und vielleicht ein bisschen überraschend. Andererseits, sage ich ganz ehrlich, vielleicht kriegt ja Opis, das ist eine Chance und Winter wäre auch noch was da, also ich weiß nicht. Über Links ging ja eh wenig und in der letzten Saison, da hat es ja meistens auch funktioniert, daher warum nicht. Habe ich noch eine Grafik? Nein, habe ich gerade versichert. Das war es und ja, ein bisschen ernüchternd finde ich es, aber wir sind einfach pleite, wir müssen Leute verkaufen, wir müssen Geld generieren, um jemanden zu kaufen, das sieht man und das kann natürlich uns im Abschiedskampf und im Laufe der Saison auch noch auf die Füße fallen, aber wir wollen einfach keinen Minus machen, nur so wenig Minus wie möglich, das verstehe ich auch, das ist auch der richtige Weg und dann muss es einfach mit der Truppe klappen und ich glaube auch, dass die Truppe gar nicht so schlecht ist, auch wenn die aktuelle Situation ein ganz anderes Licht drauf wirft. Ich glaube, jeder Fußballfan ist heiß jetzt auf die nächsten zwei Tage, das wird richtig spannend, ich hoffe, dass der Bremen die richtigen Entscheidungen trifft, weil da kann man auch mit viel Panik auch viel falsch machen, da werden wir nicht die Ersten und im Zweifel norddeutsch rückbleiben und wenn da gar nichts mehr passiert, dann passiert da gar nichts mehr. Ich glaube nicht, dass der Kader so schlecht ist und wenn wir noch ein, zwei holen können, dann würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin der Bassi B, Bremen-Fan aus Bayern und Daumen hoch zur Verabschiedung. Kein Tschüss, kein Moin. Servus.